Hallo, ich bin Christina. Heute stellen wir euch die Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann vor. In unserer Ausbildung durchlaufen wir sämtliche Abteilungen der Goodman AG. Einige davon werden wir euch heute vorstellen. Hi Chrissy. Hi Nadine. Demnächst steht eine große Messe an, deswegen muss im Marketing noch einiges geplant werden. Kommt doch am besten einfach mal mit. Okay, cool. Meine Aufgabe im Marketing ist es unter anderem, den Messestand zu planen oder eben auch das Catering zu organisieren. Und hier kannst du eben ein Bild sehen von unserem aktuellen Messestand. Okay. Jetzt sind wir an unserem Messestand. Eine Messe ist eine gute Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen und Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Das ist Jessica. Sie ist zurzeit im Vertrieb tätig und ist heute für die Kundenberatung im Bereich Baubeschlag zuständig. Schau mal, da ist schon ein Kunde für mich da. Ich schau mal drüber. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Gerne. Ich bin gerade dabei zu renovieren und interessiere mich eigentlich für Fensterbänke. Habe ich jetzt leider nicht viel Ahnung, also was jetzt Größen anbelangt oder die Farbgebung. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Wir haben hier einen Farbfächer mit den verschiedenen Farben für Fensterbänke. Hier ist auch ein Beispiel in Weiß und einige Broschüren haben wir hier. Sie können sich diese gerne mal anschauen und bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ich werde den Auftrag gleich buchen und Ihnen anschließend die Auftragsbestätigung faxen. Tschüss. Wir sind jetzt im Vertrieb bei Jessica. Gerade eben haben wir von unserem Kunden von der Messe die Bestellung über Fensterbänke bekommen. Jetzt müssen wir den Auftrag noch buchen und die Auftragsbestätigung faxen. Okay, jetzt ist die Auftragsbestätigung gefaxt. Okay. Hier im Einkauf sitzt momentan Anja, die so wie ich im ersten Lehrjahr ist. Mensch, Christina, du kommst gerade richtig. Ich beschäftige mich gerade mit der Bestellung für unsere Aluminiumbahn. Da kann man hier in der Maske genau eingeben, von welchem Lieferanten wir unsere Bahn bekommen, zu welchem Preis, den wir schon fixiert haben, dann welcher Bahn das genau sein soll und zu welchen Zahlungs- und Lieferungsbedingungen wir das beziehen. Nachdem das Material jetzt bestellt wurde, geht es weiter mit meiner Tätigkeit in der Arbeitsvorbereitung. In der Arbeitsvorbereitung wird der Arbeitsplan erstellt und wenn ich damit fertig bin, werden die Fertigungspapiere in der Produktionslogistik ausgedruckt. Hier wird gerade unsere Fensterbank gepresst. Danach wird sie noch beschichtet. Und verpackt. Und verpackt. Im Kleinteilenlager wird das Zubehör für den Auftrag verpackt und in den Versand gebracht. Hallo Florian. Ja, Chrissi. Du hier in der Logistik? Ja, in der Logistik ist man auch schon im ersten Lehrjahr eingesetzt. Bist du? Ich habe übrigens gerade den Lieferschein für deinen Auftrag fertiggestellt. Ich lege den hier ins Fach und dann wird er heute Nachmittag noch ausgeliefert. Okay, gut. Hey Chrissi, komm doch mal rein. Hi Diana. Du wolltest doch schon immer wissen, wie das mit den Rechnungen funktioniert. Ja, genau. Heute ist nämlich die Rechnung von der Bestellung von Aluminium gekommen. Diese muss ich jetzt noch mit dem Lieferschein vergleichen und anschließend wird sie bezahlt. So, jetzt ist sie bezahlt. Okay, super, danke. Kein Problem. Hi Anja. Der Auftrag über die gepresste Fensterbänke ist jetzt fertig. Kannst du die Rechnung bitte noch rausschicken? Ja, mache ich. Okay, danke. Ihr seht also, die Ausbildung zur Industriekauffrau oder zum Industriekaufmann ist sehr interessant und vielseitig. Wir sehen uns bei der Gutmann AG. Wir sehen uns bei der Gutmann AG.